Musik Und dann stellen sie die Kinder wirklich hier drauf. Fünf! Fünf Vorfahren! Fünf! Aus! Ein Fünfervorfahren! So, weiter vorne! Sie hat ihm gesagt, dass sie sich sehr gefreut hat, dass er über das ethische Fundament der Politik gesprochen hat, das im Glauben liegt. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn sehr bemerkenswert findet, dass er über das ethische Fundament von Politik gesprochen hat, welches im Glauben liegt, auch für sie, dass diese Rede ein sehr wichtiger Puls war. Ja, dass für sie genau darin das Gegenteil von Dülfärigkeit liegt, das heißt, sie sieht, wenn dieses ethische Fundament nicht vorhanden ist, dass Politik willkürlich würde, auch in ihrem Anspruch willkürlich würde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020